Die Pandemie hat uns alle schwer getroffen. Besonders der Einzelhandel hat neben den großen Umsatzeinbußen auch extrem mit den Anforderungen für die Hygienemaßnahmen zu kämpfen. Denn Kunden sowie Mitarbeiter müssen langfristig und sicher geschützt werden. Auch wenn uns das Coronavirus hoffentlich bald wieder in den Alltag entlässt, bleibt die Sensibilität für Hygiene rund um Viren und Bakterien bestehen. Denn Viren und Bakterien sind auf allen Flächen zu finden und überleben dort unterschiedlich lang. Moin Moin, ich bin Matthias Kreising, Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma Hausaufsports GmbH in der Aurich im Herzen von Ostfriesland. Wir zählen in dieser Region zu einem der größten Sportfachgeschäfte. In den letzten beiden Jahren war natürlich die Covid-Pandemie für uns die größte Herausforderung in ökonomischer wie auch in medizinischer Hinsicht. Wir mussten hier permanent desinfizieren, um eben den Kunden hier im Geschäft einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen. Das war ein hoher finanzieller Aufwand und auch ein hoher personeller Aufwand. Aufgrund unserer positiven Erfahrungen mit der Firma Nation E, wir haben hier bereits im vergangenen Jahr die Aura Air Luftcleaner installiert. Da haben wir uns nun dazu entschieden, den nächsten Schritt zu gehen und eben die Oberflächenversiegelung vorzunehmen, um uns eben vor Keimen zu schützen. Keine Keime, keine Viren, kein Aufwand. Sie sparen die permanente Desinfektion. Mit That's It bieten wir die langfristige Lösung für alle Kontaktflächen in Ihrem Geschäft. Mit der That's It Oberflächenbeschichtung werden alle Oberflächen langfristig versiegelt. That's It verhindert die Ablagerung der Viren und Bakterien und eliminiert diese in kürzester Zeit. Mein Name ist Jan Leverenz. Ich arbeite für die Nation E Innovation GmbH in Berlin. Wir bieten neuartige, innovative Produkte im Bereich Hygiene an. That's It eliminiert bis zu 99,98 Prozent aller Keime. Dazu zählen behüllte Viren, Bakterien und sogar die multiresistenten Keime, die sogenannten Krankenhauskeime, und schützt die Oberflächen darüber hinaus auch noch vor Verschleiß. Die That's It Oberflächenbeschichtung versiegelt Oberflächen porendicht und wirkt dann in zwei Phasen. Zum einen haben wir eine ganz spezielle Oberflächenspannung, welche dafür sorgt, dass ein Großteil der Keime gar nicht erst anhaften kann. In der zweiten Phase werden dann die Keime, die doch auf der Oberfläche anhaften, durch Wirkstoffe eliminiert. Unsere Anwendungstechniker beschichten alle relevanten Oberflächen mit der größten Sorgfalt. So haben Viren und Bakterien keine Chance mehr. Während das That's It Platin von Profis aufgetragen werden muss, gibt es auch eine zweite Variante, das That's It Gold. Dieses kommt in Form eines in Lack getränkten Tuches und kann auch vom Privatanwender im Haushalt genutzt werden. Diese Variante hält dann ein Jahr, bringt aber die gleichen desinfizierenden Eigenschaften mit. That's It ist auch perfekt für die Nachkontrolle, denn die beschichteten Flächen lassen sich nach der Beschichtung ganz einfach überprüfen. Dank integriertem UV-Marker. Und so können Ihre Kunden entspannt und sicher einkaufen. Setzen Sie jetzt auf die Oberflächenbeschichtung von That's It. Die Vorteile für unser Unternehmen House of Sports liegen darin, dass die Kunden und die Mitarbeiter sich wieder sicher im Geschäft bewegen können. Des Weiteren sparen wir hier natürlich einen immensen Aufwand für die Desinfektionsmittel, was natürlich für uns ein hoher ökonomischer Vorteil ist. Und unsere Mitarbeiter können sich auf ihren eigentlichen Job konzentrieren, nämlich auf die Beratung und den Verkauf und den Service. Gemeinsam mit den Lösungsansätzen der Firma Nation E sind wir hier für die Zukunft optimal aufgestellt und wir freuen uns wirklich darauf, dem Sportler seine Lebensfreude wieder zurückgeben zu können. Keine Keime, keine Viren, kein Aufwand. That's It. Desinfizieren war gestern.